Hallo, mein Name ist Henni Borsche, ich bin Tischtennis-Trainer aus Bonn und in diesem Video probiere ich die ITTF-Challenge. Letztes Wochenende gab es ein sehr schönes Video vom ITTF-Verband und zwar haben sie da bei einem Turnier die Profis gebeten, alle mal den Ball hochzuhalten mit dem Ende des Schlägergriffes und kamen sehr interessante Ergebnisse raus. Ich glaube zu Xin, der Chinese war auf 1 mit 54 Treffern, wenn ich mich recht erinnere und danach ging es so langsam in den 40er Bereich. Manche haben es auch nur 2-3 Mal geschafft und daraufhin kamen in den nächsten Tagen auch einige Amateur-Videos, die da 400 Mal glaube ich geschafft haben und einer jetzt 1100 Mal und da dachte ich mir, ich muss das Gleiche doch mal auch probieren. Ich werde es jetzt mal ein paar Mal versuchen und werde euch dann die besten bzw. wahrscheinlich auch die schlechtesten Versuche zeigen. Ich werde es jetzt mal ein paar Mal versuchen, dass es jetzt mal ein paar Mal versuchen, Gerwanderstädte. also ihr seht ich habe leider keine 1000 mal geschafft großen respekt an die jungs also ich kann mir gar nicht vorstellen wie das klappen soll fünf oder sechs minuten war das video glaube ich mit den 1100 mark wirklich sehr stark aber auch die 54 von dem zug sind der live vor ort ich glaube nicht dass der mehr mehrmals probiert hat sondern er hat beim ersten mal meiner meinung nach geschafft großen respekt ich bin leider nicht so gut aber vielleicht der ihr schickt mir eure videos und ich freue mich drauf macht gut